Barthelona ist auf der ganzen Welt ein Referenzpunkt, wenn es um Architektur und Design geht. Barthelona ist aber auch eine moderne Stadt, in der sich die Unternehmen ansiedeln, die auf Innovation und Entwicklung neuer Produkte mit hohem Mehrwert setzen. Und Cirprotec ist eines von ihnen. Das Hauptmotiv für die Gründung von Cirprotec war der Schutz von Personen, Gebäuden und Geräten vor Überspannungen und Blitzen. In einer Welt, in der die Technologie unvermeidbar und unumgänglich ist, ermöglicht ein guter Schutz eine bessere Wettbewerbsfähigkeit auf Unternehmensebene sowie einen höheren Komfort in Privathaushalten. Cirprotec ist Spezialist und Pionier, was die Entwicklung und Herstellung von wirksamen Geräten für den elektrischen Schutz betrifft. Das Unternehmen bietet Beratung und kundenspezifische Lösungen für die Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen. Cirprotec, erster spanischer Hersteller von Überspannungsschutzvorrichtungen, konkurriert weltweit mit großen, internationalen Konzernen. Das Unternehmen setzt auf Innovation und mit voller Stärke und entsprechenden Investitionen auf die Herstellung von neuen und qualitativ hochwertigen Produkten. Anfang des Jahres 2006 begann die Einrichtung eines der weltweit wichtigsten Labors, in dem Technologie zur Erzeugung von Überspannungen eingesetzt wird. Diese hochmoderne Ausrüstung ermöglicht die Untersuchung und Prüfung aller Parameter, die die Geräte zum Schutz vor Überspannungen kennzeichnen, sowie die Erzeugung von Blitzschlägen in Echtzeit. Diese Prüfungen gewährleisten die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der Schutzgeräte und erleichtern die Gestaltung neuer Produkte. Dank des ständigen Bestrebens nach Innovation konnte sich Cirprotec gut auf dem Weltmarkt für elektrische Ausrüstungen etablieren. Doch unser Engagement geht weit über unsere Firmentätigkeit hinaus. Um die Branche und eine Standardisierung voranzubringen, ist Cirprotec außerdem Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Ausschüssen für den Überspannungs- und Blitzeinschlagsschutz. Cirprotec verfügt über ein Vertriebsnetz, das über 40 Länder umfasst. Die breite Produktpalette liefert Lösungen für die spezifischen Anforderungen auf dem Gebiet der Überspannungen und Auswirkungen eines Blitzeinschlags. Das Hauptziel ist, dem Kunden einen integralen Rundum-Service anzubieten. Auch aus diesem Grund ergänzen sich die Produkte mit Dienstleistungen wie Design, Projektberatung und Ausbildung von Fachleuten der Branche. Das Unternehmen bietet Geräte zum Schutz jedes beliebigen Netzes bzw. zum Schutz für an das Stromnetz angeschlossene Geräte, Telefonleitungen, Informatiknetzwerke, Datenbanken, Funkfrequenzgeräte und vieles mehr zum internen Schutz vor Überspannungen aufgrund von Blitzeinschlag, Spannungsschaltungen oder Schwankungen. Für den externen Schutz sind die Geräte von Cirprotec so konzipiert, dass Menschen, Gebäude und Strukturen so wirksam wie möglich geschützt werden durch die Anwendung fortschrittlicher Techniken zur Steuerung eines direkten Blitzeinschlags. Sämtliche Cirprotec-Produkte erfüllen die internationalen Standards wie IEC, EN, NFC, VDE, UL, IEEE und die spanischen Vorgaben wie UNE und CTE. Und dies alles gemäß dem Qualitätsstandard ISO 9001. Cirprotec wurde vom Büro Veritas gemäß ISO 9001-Richtlinie zertifiziert. Cirprotec investiert in die Ausbildung von Fachkräften und verpflichtet sich damit seiner Branche. Das Hauptinteresse ist dabei, dass die Berufstätigen über die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Einrichtung von Schutzanlagen verfügen und gleichzeitig die geltenden Vorgaben eingehalten werden. Vertrauen Sie auf die Technologie und den Service von Cirprotec. Wir sorgen für die Unversehrtheit von Menschen, einen durchgehenden Service für unsere Anlagen und die Maximierung der Lebensdauer Ihrer Geräte. Cirprotec Das Hauptinteresse ist die Durchschnitt cuando die Das Hauptme pén